Manchmal kommen mit den schlechten Nachrichten guten Nachrichten und das ist in dem Fall. Wir sind deutlich runtergegangen. Das ist die schlechte Nachricht, zumindest mal aus der der Bullen oder derjenigen, die sehr pingelig sind in der bullischen Bewegung, die also Sorge haben, dass eine Abwärtsbewegung gleich den Bullenmarkt dem Garaus macht. Das ist noch nicht zwingend gegeben. Wir haben darüber gesprochen und damit kommen wir auch schon zur guten Nachricht. Wir sind jetzt da, wo langsam aber sicher über eine Wende wieder nachgedacht werden kann. Das ist der DAX, den wir hier gucken, im 4-Stunden-Chart. Ich habe noch mal die Skizze, die wir hier vor einiger Zeit hatten, nicht hier ganz genau nehmen, wo das zeitlich ist, aber ungefähr von der Höhe konnten wir uns merken. 15.700. Das ist da, wo mein Fadenkreuz jetzt liegt, also die Oberkante dieses etwas helleren Bereiches hier. Da ist der Markt mehr oder weniger gelandet. Wir sind ein bisschen tiefer, bis runter unter Umständen nochmal 15.190. Das ist das, was er jetzt hier anzeigt. Wir erinnern uns hier unten. Viel tiefer wollten wir nicht als dieses hier vorne. Also irgendwo diese Zone hatten wir ausgemacht und die haben wir jetzt erreicht. Ist das jetzt also sicher, dass der Markt als nächstes nach oben geht? Nee, das nicht. Aber ab jetzt, eigentlich gerne, hätte er noch ein bisschen tiefer gekonnt, aber ab jetzt können wir so langsam uns vorbereiten. Vielleicht geht es ja schon in die Aufwärtsrichtung. Aber vorsichtig, bevor die Begeisterung gleich hier riesen Wellen schlägt. Es gibt noch eine Situation, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, nachdem wir doch sehr schnell und sehr stark runter sind, was gar nicht so atypisch ist. Wir hatten darüber gesprochen, in diesen typischen Seitwärtskorrekturen, die sehen gerne so aus. Viele von euch kennen das, ein Flat. Normalerweise ist die Hälfte aller Korrekturen sieht ungefähr so aus. Also in der Form, dass sogar der noch mal ein klein bisschen höher ist. Das ist also keine Seltenheit und nicht selten schließt es dann nach unten noch mal schnell ab. Für die Profis, die jetzt sehr statistisch begeistert sind, ein Drittel aller Korrekturen macht das mit einer scharfen Bewegung, also einem Impuls hier. Dann so 10-15 Prozent, so in etwa mit einer dreiwelligen Bewegung. Und das ist dann das zweite Szenario, dass es entweder, jetzt machen wir erst noch mal das erste fertig, vielleicht ist er schon vorbei, vielleicht geht er auch noch ein bisschen tiefer. Die andere Alternative ist, möglicherweise macht er erst noch mal eine Pause und geht anschließend da rein. Das wäre diese Dreiwelligkeit auch hinten. Es ist immer noch in dem Bereich, vielleicht muss man ihm dann ein bisschen mehr Zeit noch lassen. Das ist durchaus denkbar, aber in diese Zone nach wie vor hinein. So und wer jetzt sagt, da sind wir schon wieder viele zu viele Optionen, so von wegen, das ist möglich, das ist möglich. Es gibt relativ einfache Möglichkeiten auszusitieren, welche die nächste ist, die jetzt gerade passiert. Nämlich, nehmen wir mal an, dieses Bild sollte tatsächlich gültig sein. Das heißt, dass der Kurs nur so ein bisschen sich erholt und anschließend noch mal runter. Dann achtet drauf, dann sollte das in den nächsten Stunden, vielleicht heute, vielleicht auch noch bis in den Montag rein oder bis irgendwie in die nächste Woche rein. Es muss jetzt nicht ganz so lang sein, wie es gezeichnet habe, aber in der nächsten Woche hinein sollte das Korrektiv nach oben laufen. Korrektiv, viele von euch wissen das noch, haben das noch im Hinterkopf. Korrektiv sieht häufig A, B, C mäßig aus oder sieht alternativ aus mit sehr vielen Kurs, Überschneidungen, so etwas. Das sind alles korrektive Verhaltensmuster. Da hat man schon keinen großen Eindruck davon, dass der Markt hier begeistert in eine Richtung unterwegs ist. Das ist normalerweise häufig, zumindest mal relativ auffällig. Das heißt, nehmen wir mal an, der Markt geht jetzt wirklich nach oben und wir haben so ein bisschen ein Anzeichen, allerdings nicht überbewerten. Wir haben jetzt hier die aktuelle vier Stunden Kerze. Die sieht in diesem Augenblick hier beim DAX Index aus wie ein Hammer. Das ist durchaus ein mögliches Wendezeichen. Das werden wir gleich uns noch mal angucken. Wenn das vorbei ist, ist wichtig. Also die Kerze muss erst abgeschlossen sein. Vorher zählt das Ganze nicht. Wäre das ein Long-Einstieg. Aber seid bitte ein bisschen darauf gefasst, dass es möglicherweise eben nur bis in die Mitte hier wieder hoch geht. Also muss jetzt nicht exakt die Mitte, bitte jetzt nicht Millimeterarbeit machen. Auch hier gilt der Grundsatz, dass wir hier hier, wenn wir mal gucken, wie weit geht so eine Bewegung. Höchster Punkt, tiefster Punkt und dann eben auch hier unsere Lieblingskiste. Also irgendwie sowas in diese Richtung. Ihr seht, das Spiel wiederholt sich auch auf kleineren Ebenen und böte dann entsprechend als Nachgang dann eben noch mal den Marsch hier nach unten. Stichwort dazu, das müsste korrektiv sein. Es müsste in diesen Bereich reingehen. Für einen Short Trade, falls ihr den machen wollt, wäre dann dieses Zwischentief hier eine mögliche Triggermarke, die wir zumindest mal für uns regelmäßig nutzen, wenn das schön aussieht und wir das dann gut nutzen können entsprechend. Also das ist durchaus denkbar. Also es ist noch nicht aller bärischen Tage Abend. Es kann durchaus noch sein, dass es ein bisschen tiefer geht. Wir sind erst an der Oberseite angekommen, beim DAX zumindest. Die Amerikaner gucken uns gleich noch an. Also ein Dreh jetzt auf einen dynamischen Markt nach oben ist nicht ausgeschlossen. Der müsste dann allerdings auch stark nach oben gehen und da seht ihr den Unterschied. Nicht wackelig, nicht dreiwellig, sondern irgendwie stark hoch und wenn dann höchstens mal wackelig runter. Das wären dann Indizien für eine Wende, die nach oben geht. Das ist ein bisschen tricky, wenn das hier im kleinen Format ist, denn dann weiß man jawohl, es geht nach oben, ist sich aber noch nicht sicher, ob es nur bis hierhin geht oder noch weiter. Stichwort dazu, Early Bird Einstieg. Man kann ja versuchen schnell reinzugehen, zieht aber dann bei Erreichen dieser Marke in etwa nach. Wenn er da also auf ungefähr auf dem Einstieg nach, nicht jetzt zwingend exakt den Einstieg, aber verringert das Risiko. Denn dieses Szenario ist absolut noch realistisch, dass das passiert. Vielleicht passiert es auch, dass er gar nicht mehr erst mal runterkommt, sondern dass er direkt jetzt, Entschuldigung, nicht noch hoch geht, dass er noch weiter nach unten geht. Das ist ja auch noch denkbar. Dann haben wir diese Gedankenüberlegung überhaupt nicht, können uns dann aber freuen, dass dann von diesem Tiefpunkt aus die nächste Messung stattfindet. Korrektiv würde für weiter abwärts sprechen. Impulsiv, so wie wir das eben gezeichnet haben, wären eben Anstiege. Also wenn es dann so nach oben geht, es muss nicht so lang sein, aber in dieser Form eben stark und nicht in dieser Form, nämlich korrektiv, dann wären das eben Zeichen, dass es wahrscheinlich sogar zu Ende ist mit dieser Abwärtsbewegung. Also es ist noch zu früh, um jetzt schon ins Kaufhorn zu stoßen. Also es kann sein, dass der Kurs jetzt läuft, weil wir schon so halbwegs an der Oberseite angekommen sind. Ich persönlich glaube allerdings, wenn die Statistik ein bisschen besser noch sein sollte, bisschen tiefer wäre mir arg lieb. Vielleicht, ich sage mal so ungefähr 15.650 in etwa und von mir aus dürfte es auch noch die 600 erreichen und knapp drunter gehen. Das wäre noch alles in Ordnung. Wenn er jetzt schon steigt, ist die Gefahr groß, dass tatsächlich dieser Arm noch folgt. Das ist also der vordere Teil nach der Pause wieder in die Mitte rein. Ich habe einfach von oben da unten Fibonacci die Mitte hier in etwa kenntlich gemacht, so wie wir das ganz häufig tun bei solchen Bewegungen und dann nochmal die Projektion, also quasi dieses Teilstücks nochmal nach unten. Das wäre dann die entsprechende Fortsetzung in der C-Welle und dann wird hier neu entschieden, ob das das dann wirklich war und der Kurs dann endlich Richtung 18.000 wieder läuft, was nach wie vor in diesem Bild noch nicht zerstört ist, in keiner Form. Ich weiß im Moment wird viel über Rezision gesprochen und wenn man sich die Zahlen anguckt, die Situation anguckt, dann denkt man schon, ist das wirklich so gut, wenn die Märkte jetzt steigen? Aber als Händler weiß ich, es zählt nicht das, was sinnvoll wäre, nicht das, was logisch wäre, sondern es zählt an Börsenkursen ausschließlich das, was die Marktteilnehmer tun und das kann durchaus auch mal eine ganze Zeit lang irrational sein. Also ob die 18.000 kommt, wissen wir natürlich nicht, aber aktuell ist das Verhalten der Marktteilnehmer auch trotz dieser letzten Rücksetzerbewegung, solange es dann hier irgendwo in diesem Umfeld dann zur Drehung kommt, in diese Richtung immer noch ausgelegt. Falls der Kurs aber irgendwo in dieser Zone dann sich weiter nach unten beschleunigt, dann wird das Bild zumindest vorläufig erstmal weitaus weniger attraktiv und dann müssen wir gucken, ob wir dann vielleicht von hier oder von später noch tiefer wieder für Long gucken, aber eben deutlich tiefer, weshalb ich mal angedeutet hatte, für diejenigen, die noch Long bleiben wollen, die sich da also noch nicht ins Boxhorn jagen wollen, den Stop irgendwo hier unten drunter zu legen, ich sage jetzt mal ungefähr 150, also 15.150, irgendwie sowas in der Richtung, scheint mir ein ganz gutes Niveau zu sein. Natürlich kann er auch da drehen, aber das sieht mir nach den schlechtesten Wahrscheinlichkeiten für einen Dreh hier in diesem Umfeld aus. Also wenn wir da drunter gehen, bin ich relativ von der Statistik sicher, dass wir diese Marke hier nochmal durchstoßen und sogar dann noch ein bisschen tiefer gehen und dann müssen wir halt nach neuen Einstiegen suchen wieder, wenn der Markt dann wirklich anfängt zu drehen. Aber wir hätten bis dahin ja auch Platz, nehmen wir mal an, wir schließen hier dann in dem Bereich, weil wir hier einen Stop legen, der Kurs geht wirklich runter und er fängt wieder an hoch zu gehen. Dann haben wir ja auch auf ähnlichen Niveaus, dann haben wir nichts verloren, großartig, aber wir haben zumindest die Chance darauf, dass wir das dann auch wieder so nutzen können. Also nicht die schlechteste Situation, so zu agieren. In der Unwissenheit, was als nächstes passiert, scheint das am plausibelsten. Also noch kein Panikmodus angesagt. Hier wird dann entschieden, falls der Kurs nochmal so tief kommt, ob er dann wirklich dreht oder nicht. Wie man das entscheidet, habe ich eigentlich eben schon auf dieser Basis hier erklärt. Das Prinzip bleibt hier das gleiche, aber bis dahin werden wir sicherlich nochmal reden. Da gibt es nochmal ein bisschen Zeit, bis das dann tatsächlich spruchreif ist. Also erste Chancen für einen Anstieg. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsszenario. Ja doch, latent ist das mein Lieblingsszenario, weil mir dieser Rücksetzer zu wenig noch ist. Also entweder geht er direkt noch runter, das habe ich genauso gerne, weil dann hätten wir aufgeräumte Verhältnisse und dann nach oben fände ich super. Wenn er jetzt schon versucht nach oben, dann halte ich diesen nächsten Gang nach unten nochmal realistisch und dann würde ich trotzdem gerne dann wieder nach oben. Also ihr seht, das nach oben finde ich dann immer noch völlig in Ordnung. Ob er diesen Umweg macht, das weiß ich nicht. Blindlings kaufen würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. So von Vega, das kommt jetzt bestimmt. Das ist mir zu schwach. Nur aufgrund dieses Hammers, den wir hier haben, das ist mir auch noch zu wenig zumal. Das dürft ihr nicht vergessen, dieser Hammer ja noch nicht abgeschlossen ist. Die Kerze läuft ja noch hier aktuell. So Hammer ist ein Stichwort, denn wir haben bei den Amerikanern ähnliche Situationen, die wir uns gleich nochmal angucken müssen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das auf Tagesebene war. Lass mich mal kurz rüber switchen. Irgendwo hatte ich doch vorhin Hammer gesehen. Hier ist das hier zum Beispiel auf Tagesebene. Das ist jetzt der Dow Jones Future und er hatte hier einen Hammer. Seht ihr das? Ein kleiner, körperlanger Tail auf der Unterseite, ein bisschen Pinnacle auf der Oberseite. Der Docht ist aber nicht so ausgeprägt, als dass das gefährlich ist. Und ihr seht, dieser Hammer ist a nicht getriggert und b, na ja, offensichtlich die falsche Richtung. Was aber nicht schlimm ist, weil er ja auch nicht getriggert ist. Also insofern, das ist nicht unbedingt Drama, dass der da nicht gedreht hat. Ihr seht, das geht manchmal ganz gut. Hier war zum Beispiel etwas, was nachher da gepasst hat. Aber wenn, dann müsste er auch auf der Oberseite triggern. Ist aber keine Garantie, dass es dann kilometerweit läuft. Aber zumindest mal ein Anzeichen, dass es für eine Weile erstmal nach oben gehen kann. So, also wie gesagt, der ist ja nicht getriggert. Ich wechsle hier auch mal auf den 4-Stunden-Chart und gleich auch nochmal ein bisschen Intraday. Nochmal ganz kurz die Skizze, die wir gestern schon angesprochen hatten oder die Tage. Hier ist auch so ein bisschen Hammer mäßig, wobei mir hier der Körper ein bisschen zu lang ist im Verhältnis zum Tail hier auf der Unterseite. Das ist, aber schöner ist es, wenn es 3 zu 1 ist. 2 zu 1 sollte es aber mindestens sein. Also das geht sicherlich noch ein bisschen schöner als das. Ich bin jetzt nicht so sehr darauf, dass ein Hammer alleine ausreicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind in der Zone immerhin angekommen. Tiefster Punkt, höchster Punkt gemessen in dem Fall. Und selbst wenn ich hier die Variante auf diesen hier mache, dann sehen wir, also auf dieses Hoch hier, dann seht ihr, sind wir auch immerhin schon angekommen bis zur 38-20er Marke. Also wir hatten hier zwei Varianten, nämlich auf dieses Hoch oder auf dieses. Da bin ich mir gar nicht so sicher, welches es ist. Fibonacci-Freunde würden immer hier oben messen. Elliott-Freunde würden vielleicht sagen, naja, aber wenn das die Korrektur ist, müssten wir doch von hier messen. Ja, das ist beides möglich. Ihr seht aber, die Aussage ist jetzt hier nicht groß unterschiedlich. Wir sind da angekommen, wo er auf jeden Fall hin sollte. Manch einer wird vielleicht noch argumentieren, Mensch, das wäre doch auch noch eine hübsche Geschichte als Unterstützung. Ja, also der Kurs hat jetzt eine Chance zu steigen und deshalb müssen wir jetzt mal gucken im Intraday-Chart, ob die Marktteilnehmer das schon ernst nehmen oder nicht. Und bisher im 5-Minuten-Chart für alle Nachmittagsfreunde oder die, die ganz Early Bird dabei sein wollen und auf kurzen Zeitebene gucken, vielleicht übergeordnet handeln, aber auf kurzen Zeitebene gucken, ist zumindest mal so dieser erste Teil ja schon mal nicht ganz schlecht. Wir wissen noch nicht genau, wohin das Ganze führt. Früher oder später kommt mal eine Korrektur, wenn sie kommt. Das wissen wir natürlich nicht, ob sie kommt, aber wenn eine kommt, dann können wir vergleichen. Okay, Anstieg, Impulsiv, Rücksetzer, Korrektiv, Klasse. Dann können wir diese Zwischenhochs zum Beispiel, dieses hier für einen Long-Einstieg nutzen. Ja, also das ist so dieses klassische Bild, womit man eigentlich sagt, okay, was ist die starke Richtung, was ist die schwache Richtung. Wir gucken, dass wir in die starke Richtung weitergehen, insbesondere so wie das hier ist, wenn das die erste Bewegungswelle hier ist. Das klappt nicht immer. Das ist nicht perfekt. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, wenn das unser Einstieg ist, ist meine Erwartungshaltung, dass mindestens, das ist mein Einstieg, ja diese 1 zu 1 Relation, also das gleiche, was wir vorne haben, nochmal erreicht wird. Wenn ich falsch liege, kann ich einen Stop hier oder von mir aus auf die 78er setzen. Das heißt, ich habe eine relativ überschaubare Risikogröße gegenüber dem, was meine Gewinngröße ist. Das heißt, ich bin trefferquotenmäßig nicht darauf angewiesen, dass ich jetzt eine riesige Trefferquote habe, um damit klar zu kommen, sondern selbst wenn das nur eine 50-50 Chance ist und ihr könnt euch ausmalen, so wie der Trade jetzt hier gestaltet ist, also von den Größenverhältnissen, es würde sogar eine, keine Ahnung, wenn ich drei Verlust-Trades mache und nur ein Gewinn-Trade, also wenn ich das jetzt mal hier im Prinzip mal drei rechne, das mal so hier, ihr seht, ich habe es jetzt ein bisschen versetzt, damit man sieht, selbst wenn ich drei Verluste mache und ein Gewinn-Trade, das heißt, vier Trades, ein Nandung, positiv, bei einer Trefferquote von 25% nur, hätte ich immer noch diesen Rest gewinnen. Klar, das ist jetzt nicht unser Ziel und ist ein arg wenig, wir wollen ja mehr haben, aber ich möchte, dass euch klar wird, dass die Fähigkeit eines Händlers eben nicht ist, weil so viele davon immer noch ausgehen, das wundert mich, beziehungsweise manchmal ärgert es mich, weil ich sage, das ist doch nicht so schwer. Ja, die Fähigkeit liegt nicht darin, dass wir die Zukunft vorhersehen, sondern dass wir die Gestaltung, das ist die Fähigkeit der Händler, dass wir die Gestaltung der Ungewissheit so vornehmen, dass sie für uns vorteilhaft ist. Ja, also ich bin nicht sicher, dass das genauso passiert, aber wenn es in etwa so aussieht und ich die Gestaltung so vornehme und ich weiß, typisch sind solche Bewegungen dann, also dass das passiert, das kann man ja statistisch einigermaßen auswerten, dann kann man sagen, naja, okay, die Chance, dass ich damit zumindest mal nicht Geld verliere, sondern in irgendeiner Form Geld gewinne, ist erstmal ganz gut. Und wenn man das ein bisschen verfeinert, wenn man ein bisschen sauberer arbeitet, wird man feststellen, dass dieser Unterschiedsbetrag immer etwas größer wird, weil die Anzahl der negativen Trades natürlich immer etwas weniger wird, weil man früher erkennt, passt das noch oder passt das nicht. Also ihr seht, da sehe ich eine gewisse Chance auch für den Nachmittag heute. Das, was ich dafür bräuchte, ist einen starken Anstieg, da sind wir ja gerade dran, da bin ich jetzt nicht am Maulen. Was wir als nächstes bräuchten, ist eine Korrektur. Die könnte theoretisch auch später sein, also stellt euch vor, dass der Kurs erst noch weiterläuft. Also es ist jetzt nicht die Ansage, der dreht jetzt sofort, das weiß ich auch nicht. Aber wenn er später dreht, dann wird diese Korrektur halt tendenziell ein bisschen größer. Das heißt, ich kann die dann ein bisschen quasi hier in die Länge ziehen, dass es also ein bisschen tiefer geht. Denkt immer dran, so halbwegs in die Mitte. Ich habe es beim DAX mehrfach ausgemessen, das kriegt ihr jetzt hier hin, wie man das macht. Das müsst ihr natürlich machen, sobald dieser Hochpunkt ist und der anfängt, die Korrektur zu fahren, müsst ihr diese Messung vornehmen, damit ihr wisst, okay, wo landet der? Also ihr seht, ich bin latent bereit, die bullische Seite wieder in meine Gedankenwelt aufzunehmen. Ich bin allerdings noch nicht super begeistert im Sinne von, ab jetzt blindlings alle long, denn wir sind noch im oberen Bereich. Ich muss allerdings auch dazu sagen, gehen wir nochmal auf den 4-Stunden-Chart, beim Dow Jones finde ich die Chancen, dass das schon der Abschluss der Bewegung ist, mit dieser A, B, C Bewegung, die wir hier haben. Eine Seitwärtskorrektur, erinnert euch an das, was ich vorhin gesagt habe. Da darf der nochmal höher sein als der Startpunkt. Das wäre durchaus okay. Also insofern, der Dow Jones hätte eigentlich alles. Was mich jetzt sehr irritieren würde und wo ich sagen würde, oh, da doch nochmal Vorsicht ist, wenn sich herausstellt, dass die Aufwärtsbewegung sich so entwickelt. Das Schöne ist, das können wir kaum verwechseln mit so etwas. Also ich denke mal, so eine Bewegung und so eine Bewegung, das lässt sich gut voneinander unterscheiden. Wenn uns das hier vorne einigermaßen gelingt, dann kriegen wir das da hinten wohl auch hin, nehme ich mal an. Falls wir es nicht unterscheiden können, müssen wir halt mal kurz warten, bis es wieder schön ist. Also nehmen wir mal an, wir kriegen jetzt hier tatsächlich auch für die Übergeordneten von euch sowas und korrektive Bewegungen, wie ich es eben im Kleinen gezeichnet habe, sind das beste Einladungen für weiter nach oben, zumindest mal hier drüber hinaus. Und wir erinnern uns, wir sind ja eigentlich noch im Long Setup, denn auch das war eine starke Aufwärts, das war eine starke Korrektur. Also wir sind eigentlich immer noch im besten Zuge Richtung 38.000 zu gehen. Einfach aus dem großen Bild haben wir da diesen Platz noch. Mal gucken, ob ich das noch so schnell hinkriege. Ihr seht, im großen Bild hatten wir hier die scharfe Bewegung, hatten wir hier die ABC und die Erwartungshaltung, impulsiv da hoch zu laufen, ist relativ hoch. Und impulsiv heißt, Schub hoch, wackelig runter, Schübe hoch und so weiter. Und das kann natürlich im Kleinen dann immer wieder mal Unterbrechungen geben. Also das ist durchaus denkbar. Ich verschiebe es mal so leicht. Also sowas darf es durchaus geben. Das sehen wir ja hier vorne gab es auch zwischendurch mal Pausen. Also das ist nichts Außergewöhnliches. Und auch die Pause, die wir im Moment sehen, passt da noch in die Größenordnung. Da muss man noch nicht gleich in Rage oder Panik geraten. Allerdings zu tief sollte es nicht sein. Und deshalb gelten die Marken, die wir ja letztens schon immer genannt hatten, 33.500 besser, nicht mehr unterschreiten. 33.100. Werde ich langsam dann nervös aus bullischer Sicht. Dann habe ich das Gefühl, dass es das noch nicht ist, was noch kein Garaus ist, was dann immer noch diese Möglichkeit böte. Nämlich das Gleiche, was wir eben beim Dax schon mal besprochen hatten. Drei will ich runter, drei will ich hoch und nochmal runter. Nur dann weiß ich schon an dieser oder spätestens an dieser Stelle, es macht keinen Sinn, die Position jetzt zu halten, weil ich muss stark davon ausgehen, dass wir hier nochmal drunter gehen. Und dann ist es sinnvoll, da dann spätestens die Position dann zu schließen. Und wenn der Kurs weiterfällt, sind wir eh froh, dass wir raus sind. Und wenn der Kurs wieder dreht, haben wir hier auch irgendwo die Möglichkeit, sicherlich wieder einzusteigen. Wir hätten also nichts verpasst. Aber dieses Restrisiko eines weiteren Abstiegs hätten wir damit erstmal gebannt. Also insofern, ihr seht, das Ganze geht Hand in Hand auf den verschiedenen Zeitebenen, alles völlig ohne Panik, ohne Stress. Viele, das höre ich immer wieder, ah, traden und dann auf den kleinen Zeitebenen, ist doch total stressig. Eigentlich nicht so sehr, finde ich, denn laufen muss er ja alleine. Und die Zeichnungen, die sind ja nicht jede Minute anders. Also insofern ist das völlig okay. Beim S&P, machen wir es ein bisschen kürzer jetzt, ich will euch nicht den ganzen Nachmittag klauen hier, haben wir einen Rücksetzer in die Kiste rein. Von der Seite aus erstmal alles noch okay. Wir sind noch an der Oberseite, also auch alles noch okay. Wenn er unter diese Kiste massiv fällt, wäre das nicht gut. Denkt dran, ähnlich wie das, was wir eben besprochen hatten, es wäre eine Variante, dass er auch das macht. Das könnte ich mir ebenfalls vorstellen. Nur, wie gesagt, etwas tiefer als die Kiste. Okay, das muss nicht millimetergenau sein. Also bitte nicht exakt die Werte abschreiben hier. Aber wenn er da deutlich drunter geht, also 4340, also 4340, ist so die Unterseite der Kiste, dann wären wir irgendwann größer in der Korrektur als das, was wir hier haben oder eben auch hier haben. Also ich habe hier verschiedene Rücksetzer mal gemessen. Und solange das in diesen gleichen Größenordnung ist, ist es okay. Nur wenn es dann größer wird, dann passt es nicht mehr so richtig. Eine Aufwärtsbewegung mit Pause, Aufwärtsbewegung mit Pause, da wird man sagen, naja, gut, Pause ist halt mal da. Aber wenn die zu groß wird, dann sehen wir, dass es eben nicht mehr zusammenpasst. Und dann fange ich mir an, Sorgen zu machen. Aktuell ist das vielleicht nervig, wenn man bullisch ist und sieht, oh, die Buchgewinne, jetzt sind die Hälfte wieder weg. Aber es ist alles kein Drama. Es ist alles noch passend in das Bild. So, dann gucken wir zum Schluss noch auf den Nasdaq. Da gibt es zwei Bereiche. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, welchen wir da ansteuern. Vorzugsweise eigentlich den, den wir hier vorne schon mal hatten. Und dieser entspräche ungefähr dieser Kiste, die wir da haben. Auch hier gilt, die muss nicht millimetergenau passen. Das millimetergenau wäre bei 14.928. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn der auch noch bis 800 irgendwie runtergeht. Aber irgendwie in etwa in dieser Größenordnung fände ich schon ganz gut, wenn er da bliebe. Dann hätten wir nämlich nichts anderes als einen starken Impuls, eine Pause, wieder einen starken Impuls, eine Pause und dann kann er ja weiterlaufen. Falls ich jetzt völlig falsch liege und er sagt, naja, aber wir hätten doch hier auch noch eine Pause im Angebot. Die war halt ein bisschen größer. Dann wäre das die Zone, die wir hier haben. Ich habe es ein bisschen zu groß gezeichnet. Gemessen ungefähr 14.360. Auch hier gilt, ein bisschen tiefer ist möglich. Ihr seht aber auch zwischen dieser Größe und der ist eine große Diskrepanz. Das müsst ihr jetzt für euch entscheiden, ob ihr wenig reagibel seid und sagt, naja, ich lasse ihn halt bis dahin noch Platz, in der Hoffnung, dass er dann halt dreht. Oder ob ihr sagt, naja, aber da ist eine große Lücke dazwischen. Dann schließe ich lieber die Position in der möglichen Restsorge, dass natürlich auch das immer noch passieren kann. Es ist nicht mein favorisiertes Bild, aber es kann passieren. Es ist absolut nicht abwegig. Deshalb an all diejenigen, die jetzt sagen, nee, nee, ohne Stopparbeiten, wir sind ja alle bullisch und wir haben ja gesagt, neue Allzeithochs beim Nasdaq, das muss ja jetzt kommen. Ja, gar nichts muss. Das kann also richtig noch mal geerdet werden. Wir haben davon gesprochen vorhin schon, dass es in vielen Märkten eine riesige Übertreibung gibt. Aktuell eine Blase ist. Da machen wir uns nichts vor, in vielen Titeln zumindest. Ja, also Nidia muss man sich nur angucken. Da ist extrem viel Hoffnung mit dabei und andere Kurse ebenfalls. Aber diese Hoffnung kann ja noch tragen. Aber ich sage mal, wenn wir durch diese Zone durchgehen, dann fangen die Skeptiker an, Gewinne mitzunehmen. Spätestens dann. Also insofern müsst ihr euch überlegen, ob ihr hier irgendwo rausgeht. Das ist ganz grob 700, 14.700, damit ihr das nicht noch miterleben müsst und dann wieder vor der Frage steht, wenn ihr etwas weniger reagibel seid, wäre es vielleicht so 14.000, naja, 14.000 von mir aus so in etwa, als eine Marke. Aber das sind auch mal 1.000 Punkte. Das müsst ihr überlegen. Aber es wäre ja noch denkbar, dass die Korrektur so aussieht und später dann noch mal kommt. Für mich ist es eher nichts. Für einzelne Positionen haben wir zwar tatsächlich weite Stops, aber wir sind tendenziell eher etwas enger in den Stop-Auswahlen. Weil wir sagen, naja gut, wir sind reagibel. Im Zweifelsfall steigen wir halt auch wieder ein, wenn er hochgeht. Aber das müsst ihr natürlich wissen, ob ihr sagt, ich bin aktiv. Dann würde ich eher früher rausgehen und notfalls wieder einsteigen, wenn er dann Anzeichen hat für den Dreh. Wenn ihr sagt, ich kann, ich will, ich darf, aus welchen Gründen auch immer, gibt es verschiedene gute Gründe dafür. Nicht so aktiv sein, ich will das lieber liegen lassen. Dann ist eigentlich im Rahmen dieser Korrektur, also sprich bis ungefähr 14.200 und ein bisschen drunter vielleicht noch, ist die Welt immer noch okay. Und zwar im Sinne von der letzte starke Anstieg. Hier war eine große Pause. Also da ging es erst mal hoch. Dann hatten wir hier eine große Pause und dann haben wir das. Kleinere Pause, noch kleinere Pause. Ich vermute noch mal kleinere Pause. und so weiter. Also auf diesem Weg nach oben wäre durchaus eben ein ganz realistisches Bild. Intraday können wir noch mal abschließend ganz kurz gucken für die Freunde des aktiven Handelns. Gibt es da irgendwie was, was sofort auffällt? Aktuell ist es so, die jüngste Bewegung beim Nasdaq ist relativ deutlich runter. Wenn man das ganz hintere Ende anguckt, im 5-Minuten-Chart, krabbelte sich da gerade hoch. Da hat mir das Bild, aber was ich glaube, beim Dow was angeguckt hatte, noch besser gefallen. Also da würde ich wahrscheinlich meinen Fokus lieber auf den Dow legen. Ansonsten, die Logik ist die gleiche. Also wenn sich das nachher irgendwie so noch ergibt und dann korrektiv runterkommt, dann wäre das natürlich ebenfalls noch mal ein bullisches Bild. Sprich für mindestens Zwischenlongs. Und denkt allerdings daran, es kann danach Kilometer nach oben gehen, Stichwort Allzeithoch. Aber realistisch ist eben auch, dass er dann dreht. Deshalb der Tipp, da wir das nicht wissen. Wir wissen ja nicht, was dann immer wieder passiert. Viele werfen dann vor, die Schadtechniker, die glauben, dass sie die Zukunft, die wissen noch nicht, welche Nachrichten kommen. Eben genau, weil wir es nicht wissen. Aber der Markt bis dahin eine klassische, eine typische Bewegungsrichtung hat. Wenn ich hier dann einsteige, eben typisch gerecht, dann sollte ich, wenn ich so diese Mindestziele, also die 1 zu 1 Projektion, hier erreiche, dann sollte ich nicht mehr negativ sein. Also spätestens dann sollte der Stopp in der Nähe des Einstiegs oder vielleicht sogar schon irgendwo im Plus sein. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das ist Detailwissen, was man sich überlegen muss. Oder vielleicht macht ihr das mit irgendeinem, von mir aus, ein Parabolik hinterherziehen oder was weiß ich. Da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen. Und viele wissen, dass wir ja so eine Kombination da immer benutzen. Da könnt ihr dann entsprechend hinterherziehen. Und wenn es läuft, sagt ihr, Mensch, was bin ich froh, dass ich hier eingestiegen bin. Und wenn er dreht, sagt ihr, naja gut, ein bisschen habe ich ja mitgenommen, war ein Versuch wert. Versuchen wir es später nochmal, wenn er dann irgendwann später da in den Dreh wieder reinkommt. So, das war es von meiner Seite aus. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Vorher nochmal einen mega erfolgreichen Handelstag. Euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße. Ich wünsche euch jetzt ein Wunderschönes Wochenende. Vielen Dank.